Seit 1909 kann Zwischenahn den Titel Bad tragen. Zum Jubiläumsjahr haben sich die Gästeführer besondere Angebote überlegt, darunter die Tageskur. Hier ist zum Beispiel Jens Oelchen des Odeon als Kurpfleger Karl unterwegs. Und Karl hat einiges zu erzählen. Start ist am alten Kurhaus, dem ehemaligen Sanatorium, in dem Karl arbeitet. Von da aus geht es auf nur rund 800 Metern durch 100 Jahre Kurgeschichte. Schüsselersalze und Kneippkur inklusive.